Wir starten heute unsere Fachforenreihe zum Thema Brandschutz. Dazu sind wir in Schwerte in der Rohrmeisterei. Wir erwarten neun interessante Fachvorträge unserer Fachpartner rund um den gebäudetechnischen und baulichen Brandschutz. Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist für mich Brandschutz sprichwörtlich ein heißes Thema. Und bei dieser Vortragsveranstaltung, die ich schon seit Jahren besuche, habe ich immer die Gelegenheit, viele Kontakte zu knüpfen und höre die wichtigsten Neuigkeiten in Kurzvorträgen und kann somit sehr viel Wissen an diesem einen Tag gewinnen. Wir nehmen deswegen teil, weil wir zum einen natürlich die Möglichkeit nutzen möchten, unser Produkt vorzustellen. Noch viel wesentlicher ist es, in den Kontakt mit den Teilnehmern zu treten und uns über das Produkt und die Rahmenbedingungen auszutauschen. Wir sind ja schon im zweiten Jahr mit dabei und wir nehmen deswegen wieder teil, weil wir auch im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir treffen hier auf unser Fachpublikum, was wir brauchen, um unsere Systeme und unsere Ideen, Konzepte voranzubringen. Und die sind sehr, sehr interessiert, die Teilnehmer hier. Deswegen sind wir auch gerne mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020